Wir alle werden einmal alt. Das bedeutet nicht gleichzeitig zum alten Eisen zu gehören. Dennoch gibt es Ereignisse, wie zum Beispiel Krankheit oder einen Unfall, die alles auf den Kopf stellen. Oft mündet ein bis dahin aktives und selbstbestimmtes Leben in der Pflegebedürftigkeit. Das muss nicht so sein. Das Domino-Coaching ist ein völlig neues und in Deutschland einzigartiges Pflegeverfahren. Es steht, im Unterschied zu herkömmlichen Methoden der Altenpflege, für einen rehabilitativen, therapeutischen Ansatz. Hier erzählen wir die Geschichte von Inge Lorenz. Ich hatte eine schwere Kindheit. Ich war 1945, 13 Jahre alt und mein Vater war im Krieg. Und dann ist meine Mutter verstorben. Es war eine ganz Schwiertheit. Na ja, ich wollte unbedingt was mit Kindern machen. Erst habe ich Erzieherin studiert. Da war ich in Felden viele Jahre in der Schule. Dann habe ich da auch wieder weiter, nächstes Studium. Und im Endeffekt war ich Lehrer. Das habe ich sehr gerne gemacht. 2006 ist dann mein Mann verstorben. Und da ging das mit mir los. Ich weiß ja nicht mehr, was ich alles hatte. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Und dann kam es wieder mit dem Gelenkrheumatismus. Dann hatte ich, ach Gott, B, Knie, OP, erst eines, denn das andere. Ja, dazwischen auch noch ein Herzinfarkt. Ich weiß nicht, ich war in so vielen Krankenhäusern. Nein, ich war nur immer schlechter, immer schlechter. Ich wollte nicht ins Heim. Ja, ich wollte zu Hause bleiben. Na ja, bis ich dann hier gelandet bin. Er ging nicht mehr. Ich bin Inge Lorenz, bin 90 Jahre alt und bin seit vier Jahren hier im Dominoclub. Als ich Frau Lorenz im Ende November 2019 kennengelernt habe, Ja, es ging ihr sehr schlecht. Sie lag im Bett, konnte nicht alleine aufstehen, wollte nichts essen, nichts trinken, reagierte auf gar nichts, wollte nichts mit Mitarbeitern, Bewohnern oder sonstigen Sachen zu tun haben. Es war eigentlich schwer, an ihr ranzukommen. Und ja, kam eigentlich nur mit der Begründung, ich will jetzt hier sterben. Wenn Sie einen Schlaganfall hatten oder einen Herzinfarkt hatten, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie anschließend noch eine dicke, fette Depression obendrauf kriegen. Das wird unterschätzt in der Regel. Dominoclub-Coaching besteht zur einen Hälfte aus Motivationspsychologie und zur anderen Hälfte aus Bewegungstraining und Sportangeboten. Und wenn Sie das beides tun, sozusagen die alten Menschen motivieren, wieder an ihrer Fitness zu arbeiten, und wenn Sie dann gezielte, maßgeschneiderte Therapiepläne bekommen, wie das passiert, und Unterstützung bekommen, dann kommen die Leute viel schneller auf die Beine, als man das für gemeinhin möglich hat. Daraufhin haben wir für Sie ein Therapieprogramm erstellt, dass die Depression verringert wird und dass wir im Prinzip mit ihr das Laufen üben. Frau Lorenz hat von Anfang an einen Coach zugeordnet bekommen. Dieser Coach hat mit ihr bestimmte Therapieziele, Übungen durchgeführt. Der hat mich rausgeholt. Der ist mit mir gelaufen. Der konnte einen so motivieren, versagenhaft. Ohne den hätte ich das nie geschafft. Nie. Den habe ich jetzt eigentlich zu verdanken, so richtig zu verdanken. Man konnte zusehen, durch diese Therapie, die sie durchgeführt hat, dass sie einfach Mut wiedergefasst hat. Sie hat uns am Anfang verflucht. Sie hat mit uns geschimpft und sie hat dann gesagt, aber es war das Beste, was ihr passieren konnte, dass sie zu uns gekommen ist. Wenn ich jetzt persönlich den Vergleich ziehen würde von vor drei Jahren zu jetzt, würde ich sagen, das ist eine ganz andere Person, die vor mir steht. Sie führt ein selbstbestimmtes Leben. Sie entscheidet, was sie macht. Dass sie in dem Alter noch so leben darf und kann, das kann man nicht in Worte beschreiben. Man muss es einfach gesehen haben. Ich glaube, ich hatte das Lachen völlig verlernt. Ich konnte überhaupt über nichts lachen. Ja, man hat das Lachen hier wiedergefunden. Ja, man hat das Lachen nicht idée. Nein, man hat das Lachen. Ja, man hat das Lachen. Ja, man hat das Lachen nicht gesehen haben, was sie Dataες gelassen versuchen verständigen. Ich 일keule Birx-First période unter posts af vorher, die wir da jetzt sozusagen bei uns im Unternehmen haben. Und dannt aber auch unsere Berge. Nachrichten bekommen.